Ein kleiner Mann macht oft auch einen großen Schatten, das könnte ein kubanisches Sprichwort sein und dann würde das gelten für Ordonia Solis, der Schatten La Sombra, so nennt er sich ja, der 6 zu 1 Außenseiter für dieses Duell. Er ist 13 Zentimeter kleiner, aber interessanterweise hat das keinerlei Auswirkungen auf die Reichweite, auf die Spannweite. Hat man nachgemessen und das sind nur 2 Zentimeter. Also, da hätte man mehr erwartet und das könnte ein kleiner Vorteil sein für Solis, wenn er sich dann heranschieben kann. Die möglicherweise wieder bekehrte Beweglichkeit, die wird er brauchen, um da vorbeizukommen an der guten Linken von Vitali Kicco, von Dr. Eisenfaust. Und, ja, so man erwartet, einen lebendigen Ordonia Solis, der nicht nur, möglicherweise, den besten Profikampf seiner Karriere hier wird abliefern müssen, vor allen Dingen den Aktivsten, denn zuletzt hat er immer wieder wenig gemacht in den Runden. In seinen 17. Profisiten manchmal lethargisch. Da fielte ein bisschen die Leidenschaft, das Feuer für einen Kampf dann auch mal vorzeitig zu beenden, wenn es nach Punkten gut lief. Mit der Lippischko, mit dieser großen K.O.-Quote. Schön gemacht, gut gemacht von Solis. Klein gemacht, reingesprungen, schön zum Körper die Rechte in Ziel gebracht. Das sind interessante Aktionen. Ganz schnell wieder rausgehen, keine Trefferfläche bieten. Versuch von Tritschkos Rechter, der allerdings nicht im Ziel fand. Nicht besonders hart geschlagene Rechte von Solis, aber sie trifft zum Körper. Das ist ein gutes Mittel, aber das ist auch das, was man natürlich im Team von Tritschkos erwartet hat, dass er das probieren wird. Dass er rangeht und nicht nur zum Kopf schlägt, denn der ist ja nicht nur weit oben, sondern möglicherweise auch schnell aus der Gefahrenzone gebracht. Also war klar, Solis wird es zum Körper probieren. Und wir dürfen gespannt sein, welches Mittel Tritschkos und Fritz Duneck sich da ausgedacht haben. Schön. Gute Treffer von Solis. Laufzeichen, die letzten Sekunden dieser ausgeglichenen ersten Runde. Oh, gute Rechte, wieder an die Schwefe Kahn von Tritschkos. Volltreffer an die Schwefe, der ist schwer mitgenommen, der ist schwer mitgenommen. Solis sitzt am Boden, kommt er doch mal hoch. Oh wei, oh wei, der steht nicht bei. Ach, der ist schwer, der muss hier beendet werden, der kann nicht mehr stehen. Ist das zu fassen? Nein. Der Kampf ist aus in der ersten Runde. Volltreffer gegen Solis und der ist immer noch schwer mitgenommen. Und Tritschkos geht da in die Ecke und sagt da noch ein paar weniger freundliche Worte. Und Ademir Tritschkos beruhigt ihn. Das sah so gut aus von Solis, der hat so gut begonnen. Hier nochmal schauen, er geht nach vorne, bringt die Rechte und hier kommt der Konter. Klasse. Die rechte an die Schwefe, obwohl da der Handschuh von Solis doch da oben war. Eigentlich zur Deckung hochgezogen war. Da sieht man diese Wucht. Mein lieber Mann. Und da hat er sich noch am Bein wehgetan, das hat man kurz gesehen. Schauen wir hier nochmal hin, wie sich das alles entwickelt hat. Kurz vorbeigezogen. Oben an die Schläfe. Und Solis wackelt. Und als er dann zu Boden fällt, am rechten Bein, wenn ich das jetzt mit richtig gesehen habe. Hier, da kann er nicht mehr richtig stehen. Große Schwierigkeiten. Wackelt da zur Seite. Aber der war trotzdem nicht klar. Nicht nur das Bein hat hier Schwierigkeiten gemacht. Er war schwer K.O. Er war völlig weg. Also, Bein hin oder her. Das konnte man nicht mehr freigeben. Hier, das sah alles gut aus. Und dann dieser kurze Wischer von Vitali Klitschko. Man denkt immer, die Schläge müssen mit voller Wucht ins Ziel kommen. Nein, hier, das war eine Überraschungsaktion. Und die hat ihn richtig durchgeschüttelt. Ein Schatten der vergangenen Amateur-Tage, Solis. Oh wei, oh wei. Und er hatte Heimweh nach Kuba in diesem Moment. Er wollte ein großer Star-Wing haben. Und nun das hier, das ist wirklich bitter. In der ersten Runde, das hatte man auch nicht erwarten können. Man hatte natürlich ein viel ausgeglicheneres Duell hier vermutet. Tja, und auch Klitschko. Auch Vitali Klitschko, der wird nicht gedacht haben, dass das so leicht geht. Dass das so einfach ist, dass das so schnell hier zu Ende sein wird. Puh. Einmal tief, tief durchatmen. Hier laufen die Siege von Klitschko sonst. Er schraubt die Gegner auseinander. Er zermürbt sie. Und hier hat man es nochmal in der Zeitlupe. Das ist hier völlig anders lief. Und er hat sich da den Oberschenkel wehgetan. Eine Zerrung oder was auch immer das ist. Hier sieht man es da. Linker Fuß. Irgendwas am Oberschenkel. Er wackelt da nach hinten. Also da werden wir die Ärzte hören. Und die werden dann was dazu sagen. Henry Maske kann es auch nicht fassen, was ist da genau passiert. Also halten wir fest. Es ist was am Bein von Isolis. So viel steht fest. Aber der war trotzdem mitgenommen. Und der war K.O. Und man hätte möglicherweise auch ohne diese Verletzung da abbrechen müssen. Die richtige Entscheidung von José Guadalupe García, der Ringrichter, der hier dann den Kampf abgebrochen hat. Die Eisenfaust. Ein schnelles Ende im 14. WM-Kampf in der sechsten Titelverteidigung. Wir atmen einmal tief durch und sind gleich wieder hier. Wir atmen einmal tief durch und sind gleich wieder hier.